Von dir schwärmen ja auch unsere Fahrer total, weil du morgens immer das Navi einsprichst. Ja, das hab ich auch gehört. Bestand! Hab ich auch gehört. Sag einmal bitte, die nächste bitte rechts abbiegen. Äh, in 500 Metern biegen sie rechts ab. Das bist du! Das bist du! Okay, okay. Machst du aus dieser... Machst du aus dieser Alarm-Glock? Sag, guten Morgen, Samu. Duschezeit. Kann ich dir ja einsprechen.